Willkommen bei JagdTotal. Im heutigen Video geht es um ein spannendes Thema, die Bockjagd im April. Warum beginnen einige Bundesländer bereits im April mit der Jagd auf Rehböck und Schmalrehe? Ich gehe den Vor- und Nachteilen dieser Änderungen der Jagdzeit auf den Grund und lade dich ein, gemeinsam tiefer in dieses Thema einzusteigen. Hintergrund der neuen Regelungen Als Jäger weißt du es. Traditionell startet die Bockjagd in Deutschland natürlich am 1. Mai. Allerdings haben jedoch einige Bundesländer beschlossen, diesen Start vorzuverlegen. Teilweise beginnt die Jagdsaison schon am 1. April. Dieser Schritt wird mit den biologischen Zyklen des Rehwildes, den Beständen und den veränderten Verhaltensweisen begründet. Vorteile der Bockjagd im April 1. Bessere Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des Wildes Im April sind die Bäume noch kahl und die Bodenvegetation ist spärlich. Für dich als Jäger bedeutet das eine bessere Sicht und leichteres Ansprechen des Rehwildes. Gerade in dicht bewaldeten Gebieten, also in Waldrevieren, ist das ein unschlagbarer Vorteil. 2. Hohe Aktivität des Wildes nutzen Das Rehwild ist im April besonders aktiv und die Rehböcke sind bereits territorial. Sie markieren intensiv ihre Reviere. Das erhöht deine Chancen, die Stücke in ihrem natürlichen Falten zu beobachten und erfolgreich zu bejagen. 3. Strategische Vorteile beim Jagderfolg Da das Rehwild im April oft noch in bekannten Gruppen unterwegs ist, kannst du gezielt agieren. Das ist ein besonderer Vorteil, wenn es darum geht, mehrere Tiere gleichzeitig zu erlegen, ohne das Revier zu sehr zu stören. Außerdem lassen sich beschlagene Ricken sehr deutlich von Schmalrehen unterscheiden. 4. Nachteile und ethische Überlegungen 1. Störung des Wildes in einer sensiblen Phase Ein früherer Jagdbeginn könnte das Wild in einer Zeit stören, in der es sich von den Wintermonaten erholt. Das wirft wichtige ethische Fragen auf, die wir als verantwortungsbewusste Jäger nicht ignorieren dürfen. 2. Erhöhter Jagddruck und potenzielle Überjagung Eine längere Jagdsaison könnte zu einem unnatürlich hohen Jagddruck führen. Langfristig könnte dies die Populationen des Rehwildes negativ beeinflussen und zu einer Destabilisierung des ökologischen Gleichgewichts führen. 3. Traditionelle Bedenken Viele Jäger schätzen die Traditionen und sehen in der Veränderung der Startzeiten einen Bruch mit langjährigen Gepflogenheiten. Wie stehst du dazu? Jetzt bist du an der Reihe. Ich habe die Vor- und Nachteile der Bockjagd im April dargelegt, aber jede Jagderfahrung ist einzigartig und vielleicht siehst du einige Dinge anders. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Gibt es Aspekte oder Argumente, die ich vielleicht nicht erwähnt habe? Teile deine Meinung in den Kommentaren. Dein Input ist ungemein wertvoll, um ein vollständiges Bild der Thematik zu bekommen. Diskutiere mit, teile deine Ansichten und hilf uns allen, mehr über die vielschichtigen Aspekte der Rehwildbejagung zu lernen. Das war ein Überblick über die Bockjagd im April. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Video anzusehen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und diesen Beitrag zu kommentieren. Ich bin gespannt auf deine Ansichten und Erfahrungen. Bis zum nächsten Mal bei JagdTotal und wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.